Hallo, das ist das Video Nummer 11, das Thema Ableitungsregeln. Wir haben in den letzten 8 Videos alle Regeln kennengelernt. Video Nummer 9, 10 und in diesem Video und in dem nächsten Video werden wir die Regeln kombinieren. Das heißt, die Aufgaben sind auf einem höheren Niveau in diesem Fall. Ich wollte die Produktregeln kombinieren. Also, am besten guck dir die Videos der Reihe nach an, wenn du dich mit den Regeln nicht auskennst. So, f von x ist gleich Wurzel aus x mal ln von x zum Quadrat hoch 5. Oje, oje, oje. Wie gesagt, das ist ein Produkt aus zwei Faktoren. Faktor Nummer 1, Faktor Nummer 2. Das heißt, wir brauchen die Produktregel. Wir setzen den ersten Faktor gleich u. Darunter den zweiten Faktor gleich v. Jetzt müssen wir den ersten Faktor ableiten. Also, u' gleich. Die Ableitung von Wurzel aus x ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Wurzel aus x. Habe ich öfter gesagt, das muss man auswendig kennen. Hier die Ableitung von v' ist gleich. So, wir haben hier hoch 5, hoch wandert vln. Dann haben wir 5 mal das Ganze nochmal dahinter schreiben. Das ist Kettenregel und Potenzregel. 5 minus 1 machen. Also, die Hochzahl um 1 verringern. Dann haben wir hier oben 4. Das ist aber noch nicht fertig. Also, 5 mal das Ganze hoch 5 minus 1 hoch 4. Das Ganze nochmal mal, das Kettenregel. Die Ableitung von ln von x hoch 2. Das heißt, die Hochzahl ignorieren. Das, was übrig bleibt ohne Hochzahl. Dahinter schreiben und noch einen Strich darauf setzen, damit wir wissen, dass wir aufleiten müssen. Und die Ableitung von ln von x hoch 2, habe ich gesagt, im letzten Video, ln wegdenken. Also, wir nehmen an, es gibt kein ln hier. Was bleibt übrig? x zum Quadrat. x zum Quadrat einmal oben schreiben und einmal unten schreiben. ln wegdenken. x zum Quadrat einmal oben und einmal unten. Und oben ableiten. Die Ableitung von x zum Quadrat gleich 2x unten. Unverändert. Jetzt können wir auch zusammenfassen. x und x zum Quadrat. Dann haben wir hier x. So. Fertig. Das heißt, das ist v Strich. Und die Produktregel lautet u Strich mal v plus u mal v Strich. Richtig? Kennst du? Musst du kennen? Also u Strich mal v plus u mal v Strich. Kannst du auch in Klammer schreiben. V Strich. Hier in diesem Fall brauchen wir nicht. Hätten wir hier zum Beispiel plus, hätten wir hier in Klammer schreiben müssen. So, das ist die Aufleitung. Ich will jetzt hier nicht vereinfachen oder zusammenfassen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass du ein bisschen Gefühl kriegst, wie man solche Aufgaben löst. Wenn man verschiedene Regeln anwenden muss. Hier beispielsweise. Genauso. Haben wir ein Produkt aus zwei Faktoren. Erster Faktor. Zweiter Faktor ist u gleich e hoch 2x. e ist die Euler'sche Zahl. Und v ist gleich. Jetzt muss ich u und v ableiten. U Strich gleich die e hoch 2x. Was haben wir gesagt? Das ist eine extra Videoreihe, wie man die e-Funktionen ableitet. Wir müssen hier das, was hier oben steht, ableiten. Also die Ableitung von 2x gleich 2. Das Ganze nochmal dahinter schreiben. Fertig. Das ist eigentlich Kettenregel. So, hier v Strich. So, wir haben eine Wurzelfunktion. Wir haben gesagt, wenn wir Wurzelfunktionen haben, müssen wir einen Bruchstrich machen. Hier. Und zweimal. Zweimal. Das Ganze. Unten schreiben. Hier. Zweimal. Das Ganze. Hier habe ich kopiert und hier eingefügt. Und oben. Müssen wir die Wurzel wegdenken. Also, wenn ich die Wurzel wegdenke, was bleibt übrig? x plus 1. Und unten x minus. 1. Richtig. Und das müssen wir natürlich ableiten. Diesen Term müssen wir ableiten. Fertig. Und jetzt müssen wir noch diese Ableitung machen. Nach welcher Regel? Prozentenregel. Das solltest du selber machen. U' mal v minus u mal v Strich geteilt durch v zum Quadrat. Im Video Nummer 7, glaube ich, haben wir erklärt. Und wenn du auch hier auf, äh, wenn du in die Ableitung hast, auf einfach hierhin ersetzen, einfach ersetzen, dann wieder u Strich mal v plus u mal v Strich. Fertig. Wie gesagt, das ist ganz einfach. So, hier die f von x gleich Wurzel aus Tangens von Cosinus von x. Wir haben eine Wurzel. Die Ableitung von x gleich, haben wir gesagt, also ein Bruchstrich, unten zweimal, zweimal das Ganze, was wir ableiten wollen. Hier. Und oben die Wurzel wegdenken. Was bleibt übrig? Hier hinschreiben und ableiten. Natürlich nicht vergessen. Im Video Nummer 9 haben wir das erklärt. Und 9 und 10. So brauchen wir erstmal, müssen wir das, was in Klammern steht. Tangens von was? Von einem Winkel. Hier ist der Winkel gleich Cosinus von x. Hier müssen wir die Ableitung von Cosinus von x wissen. Also ist gleich Minus Sinus von x. Und nochmal das Ganze dahinter schreiben. Mal und die Ableitung von Tangens und die Ableitung von Tangens von Cosinus von x in diesem Fall. Zum Beispiel wie A, wie y, wie A ist ein Alpha. Und die Ableitung von Tangens von A ist gleich 1 geteilt durch Cosinus zum Quadrat von A. Und A ist gleich A. Und haben wir gesagt, A ist gleich Cosinus von x. Ist ein Winkel. Also fertig. Wichtig ist, dass man weiß, Cosinus hier in diesem Fall ist ein Winkel. Wir dürfen hier zum Beispiel mit, hätten wir hier zum Beispiel nochmal ein Cosinus von x. Das heißt, wir können nicht einen Winkel vereinfachen mit irgendwas hier. Ja, hier zum Beispiel oder da. Winkel. Einen Winkel kann man nicht vereinfachen. So, ganz einfach ist das. Du musst hier nur natürlich üben. Im Video Nummer 9 und 10 haben wir öfter geübt. Hier müssen wir nur einmal hier ableiten. Also Minus Sinus von x und die Ableitung von Tangens von einem Winkel. Tangens von A ist gleich 1 geteilt durch Cosinus zum Quadrat von diesem Winkel. In diesem Fall gleich Cosinus von x. Fertig. Zusammenfassen brauchst du nicht, weil die sind keine Standardaufgaben in diesem Fall. Ich wollte nur ein bisschen üben. Im nächsten Video habe ich so eine Funktion y gleich x hoch x oder x hoch 2x. Solche Funktionen, wie leiten wir ab? Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.